Ich lerne Deutsch. Nummer 15.410 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich melde mich vom Dienst ab. Jetzt beginnt für mich ein Wochenende ohne Krankenhaus. Ich melde mich vom Dienst ab. Jetzt beginnt für mich ein Wochenende ohne Krankenhaus. Ich melde mich vom Dienst ab. Jetzt beginnt für mich ein Wochenende ohne Krankenhaus. Ich glaube nicht, dass ich den Rest des Tages durchhalte. Ich werde wahrscheinlich früher nach Hause gehen. Ich glaube nicht, dass ich den Rest des Tages durchhalte. Ich werde wahrscheinlich früher nach Hause gehen. Ich glaube nicht, dass ich den Rest des Tages durchhalte. Ich werde wahrscheinlich früher nach Hause gehen. Wie sehen Ihre Schlafgewohnheiten aus? Haben Sie Schlafprobleme? Die charmante Dekoration des Cafés zieht viele Besucher an. Die charmante Dekoration des Cafés zieht viele Besucher an. Die ansprechende und liebevolle Gestaltung des Cafés macht es zu einem beliebten Ort. Ich bin heute einem Mann begegnet, der mir unheimlich vorkam. Ich bin heute einem Mann begegnet, der mir unheimlich vorkam. Ich bin heute einem Mann begegnet, der mir unheimlich vorkam. Lasst uns auf unseren Erfolg anstoßen und uns auf die nächsten Wochen freuen. Bei solch hohen Temperaturen kann Eis schnell schmelzen. Bei solch hohen Temperaturen kann Eis schnell schmelzen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.